willkommen heute mal ein anderes video ihr habt es bestimmt schon mitbekommen es sind einige neue enthüllungen passiert in den letzten ein zwei tagen und zwar wurde sowohl das neue addon in ww released mit dem schönen namen dragonflight und gleichzeitig wurde auch noch announced dass ww rev of the lich king classic in diesem jahr noch kommen wird dann würde ich sagen wir unterteilen das video einfach mal in zwei teile und fangen direkt mit unserem thema an nämlich mit ww classic und da seht ihr hier schon wir können zurückkehren in das vereiste reichen nordends und dann habe ich das hier schon mal aufgemacht wie es ausschaut wir können hier zurückkehren der lich king wartet auf uns die helden der allianz und der horte haben in kalimdor und den östlichen königreichen gegen das böse gekämpft gegen die dämonen der brennenden legion in der scherbenwelt und auch gegeneinander dadurch haben sie die keimende bedrohung übersehen die im gewaltigen vereisten kontinent von nord ende lauert der lichtkönig arthas menethil sitzt in der unheilvollen eiskronen zitadelle und schmiedet pläne um die welt zu erobern und bedroht damit allen leben in azeroth helden der allianz und der horte müssen sich gegen das niederträchtige geschöpf stellen das sich als einzig wahrer könig azeroth proklamiert und die welt von allen leben säubern will da haben wir ihn und hier kommt es auch schon noch in diesem jahr habt ihr die chance die eiskalten lande zu erkunden die eiskronen zitadelle zu stürmen und die unheilvollen pläne des lichtkönigs zu vereiteln nur die standhaftesten können den lichtkönig herausfordern und seine herrschaft des schreckens in der erneuten veröffentlichung der erweiterung von 2008 beenden es wird natürlich nicht so sein dass er sofort in der icc in den abschluss raid von wrath of the lichkin classic reinkommen könnt aber was interessant ist dass wir dieses jahr noch die erweiterung starten werden das bedeutet vielleicht habt ihr schon mitbekommen das sonnenbrunnen plateau und die insel quell dallas sind jetzt schon auf dem ptr test server vom burning korsai classic es hat beim black temple ungefähr sechs bis sieben wochen gedauert vom release ptr bis eben zum release in im spiel dann wenn wir jetzt uns her mal her gehen und ungefähr sechs wochen drauf rechnen wäre das ende mai anfang juni sonnenbrunnen plateau und jetzt anfang juni hier vielleicht den ersten juni oder so uns hernehmen könnte es vier wochen acht wochen vielleicht zwölf oder 16 wochen drei vier monate sonnenbrunnen plateau geben und danach im oktober gegebenenfalls dann eiskronen zitadelle das wäre möglich das wäre möglich dass es so in dem zeitraum vielleicht rauskommt muss man mal schauen vielleicht kommt aber ja auch kurz vor weihnachten oder so raus mal sehen auf jeden fall soll es dieses jahr rauskommen und da sind wir schon alle gespannt dann lesen wir mal weiter was es denn alles so gibt schon bei der ursprünglichen veröffentlichung hat die erweiterung wo w grundlegend verändert und auch wrath of the lich king classic wird alte hasen wie neueinsteiger wieder mit einer reihe verbesserter features in seinen band ziehen und es gibt viele inhalte zu entdecken der unbarmherzige gefrorene norden spieler beginn ihre reise in einer von zwei zonen nämlich boryanische tundra oder heulender fjord und werden einige der ewigsten augenblicke und beliebtesten handlungsstränge in der geschichte von warcraft erleben bevor sie den machtsitz des lichtkönigs in eiskrone erreichen der aufstieg der todesritter world of warcrafts erste heldenklasse die todesritter sind für beide fraktionen verfügbar und beginn auf stufe 55 sie nutzen die kräfte der dunkelheit um beim kampf gegen das böse zu helfen das azeroth bedroht todesritter sind auf einem pro server pro account beschränkt und es ist ein charakter auf stufe 55 erforderlich um einen zu erstellen die voraussetzung wird auch für den ersten todesritter eines jeden spielers in rev classic ausgesetzt da kann also jeder spieler direkt mit einem todesritter starten egal ob ihr schon einen anderen char habt oder nicht die frage ist jetzt natürlich wird der todesritter spielbar sein schon während des prepatches der geht ja meistens so noch einen monat das wäre natürlich dann auch noch mal interessant zu erfahren ist er dann schon spielbar oder eben nicht mal schauen neuer beruf inschriftenkunde dieser beruf erlaubte spielern mystische glyphen zu erschaffen die eigenschaften abklingzeitenschaden etc. von zaubern und fähigkeiten verändern ebenso können sie mächtige schmuckstücke und schildhand gegenstände erschaffen dann gibt es das erfolg system das ist ja auch von vielen spielern so ja das system was sie quasi jetzt noch im spiel hält andere spieler wollen das system überhaupt nicht nutzen kann ja jeder machen wie es möchte ich habe es immer ganz cool gefunden noch ein paar erfolge dafür zu bekommen wenn man was gemacht hat erfolge erreichen ww classic wo durch spieler zugang zu einer brandneuen reihe von belohnungen für ihre heldentaten und errungenschaften erhalten dann dungeons und schlachtzüge spieler erleben bahnbrechende dungeons für fünf spieler wie atio nerob und ausmerzen von stratholm erneut und belagern naxramas in einem schlachtzug für 25 oder zehn spieler eine neue version des ursprünglichen schlachtzugs für 40 spieler als es noch keine erweiterung von world of warcraft gab genau naxramas geht nämlich hoch das wird dann auch der erste große raid sein es werden dann noch zwei weitere einzel encounter raids geben die man dann in der ersten phase wieder bestreiten kann ich denke es wird auch wieder das phasensystem geben das hat ja hier ganz gut funktioniert was haben wir denn spielbar mit bestehenden ww abos wie schon bei vorherigen veröffentlichungen für ww classic ist wrath of the lichkin classic mit einem aktiven ww abonnement ohne zusätzliche kosten spielbar sehr schön außerdem wollen wir neuen wie bestehenden classic spieler mit den folgenden änderungen ein besseres spielerlebnis bieten aufwertung auf stufe 70 die höchststufe wird auf 80 erhöht und wir bieten eine aufwertung auf stufe 70 an damit spieler die burning crusade classic nicht gespielt haben aber jetzt mit rev mit ihren freunden ausprobieren oder nordend erkunden wollen dies sofort tun können diese aufwertung ist einmal pro account und für jede klasse mit ausnahme von todesrittern verfügbar kein dungeon browser spieler die erneut in wotlk classic eintauchen werden die dungeon suche die in patch 3 3 5 hinzugefügt wurde vergeblich suchen unsere classic community hat uns darauf hingewiesen dass beziehungen einen großen großen teil davon ausmachen was classic zum spiel ihrer wahl macht und dem stimmen wir zu okay also kein dungeon browser das ist für leute die in gildner unterwegs sind vollkommen egal eigentlich weil die ja sowieso gruppen finden am anfang wird es auch egal sein weil dann viele gruppen locker finden weil ja jeder in die dungeons reingeht später allerdings und das merkt man jetzt auch schon in the burning crusade classic findet man kaum noch gruppen durch den dungeon browser dauert es zwar manchmal ganz schön lange aber man findet trotzdem noch gruppen ist ein bisschen zwiegespalten aber okay wenn sie es rausnehmen wollen ist das die entscheidung dann gibt es persönliche arena wertung in the burning crusade classic hat unsere pvp community betont dass sie die flexibilität einer persönlichen wertung bevorzugt anstatt einer die an ein festgelegtes team gebunden ist deswegen entfernen wir arena teams in rev classic okay und verbesserung für den barbier seit der barbier in rev zum ersten mal hinzugefügt wurde wurde world of warcraft um zusätzliche anpassungsoptionen erweitert darunter auch welche die zuerst nur gegen bezahlung erhältlich waren wir werden all diese verbesserungen in rev übernehmen und hier nicht das system von 2008 beibehalten das heißt ihr könnt kostenlos dann eure haare einfach umändern wir freuen uns schon euch auf das klassische abenteuer zu präsentieren also denkt daran euch für die beta anzumelden und dann häufig mal reinschauen ja das wäre es zu rev of the lich king classic wer die beta spielen will kann sich hier dann auch mit anmelden das gleiche gilt dann für dragonflight und da werden wir jetzt auch gleich mal rüber gehen und uns anschauen was denn alles neues hinzu kommt mit dem neuen addon im normalen wo w strang so und so sieht wo w dragonflight aus die dracheninseln erwachen beginnt ein neues zeitalter epischer abenteuer hier schon mal alex strazer sowohl in der menschlichen form als drachen aspekt als auch als drache selbst im hintergrund dann die anderen drachen um die es hier wohl ja vorrangig gehen wird die geschichte im überblick entdeckt die dracheninseln die drachenschwärme von azeroth sind zurück und folgen dem ruf die dracheninseln ihre angestammte heimat zu verteidigen erfüllt von elementarer macht und azeroths lebensenergie erwachen die inseln erneut und es liegt an euch ihre urzeitlichen wunder zu erforschen und lang vergessene geheimnisse ans licht zu bringen ja hier klingt schon so als wäre wieder ein gegner am ende da der vielleicht mal ganz neu ist und nicht irgendwie ja einer von unseren haupt häuptlingen oder anführern der dann verrückt wird sondern hier scheint es dass jemand anderes die dracheninseln angreift vielleicht wieder mal eine höhere macht könnte möglich sein und wir haben mal wieder was neues nämlich neue spielbare kombination aus volk und klasse das heißt es wird sowohl ein neues volk geben als auch direkt eine neue klasse nachdem ja sowohl in shadowlands als auch in bfa nichts hinzukam und die letzte neue klasse mit liedchen als dämonenjäger eingeführt wurde jetzt hier die draktür sind drachen ähnliche wesen und das sind ja wahrscheinlich so wie es aussieht mal die erste klasse die auch einen koster sein kann wir werden es sehen mal gucken was sie so können drakonisches erbe rufe der traktür können frei zwischen zwei anpassbaren gestalten wechseln dabei stehen ihnen ein humanoides antlitz und ein furchterregende drakonische gestalt zur verfügung um ihre feinde zu bekämpfen und hindernisse zu überwinden ist so ein bisschen ähnlich wie bei den worgen könnt ihr ja als worgen und als menschengestalt sein aber wahrscheinlich hier mit mehr implementierung das heißt ihr habt vielleicht im menschengestalt andere fähigkeiten als palette im vergleich zu der traktür gestalt mache mal sehen wem schwört ihr treue rufe der trakturbahn sich ihren eigenen weg in azeroth und kämpfen bereitwillig für die horde oder die allianz ich glaube jetzt ist es gar nicht mehr so wichtig weil ja mit diesem addon wird ja das fraktionsübergreifende raiden möglich das heißt ihr könnt sowohl mit horde chance als auch mit allianz chance in einen raid reingehen und gemeinsam kämpfen mal sehen wie die das implementieren wollen einstiegserfahrung taucht bei einem brandneuen starter erlebnis start erlebnis in die geschichte der traktür ein und lernt eure neuen fähigkeiten zu nutzen bevor ihr euch ins getümmel stürzt das klingt so ein bisschen wie die pandaren insel damals im mist of pandaria beziehungsweise gab es ja für jede klasse ein eigenes startgebiet ist jetzt die frage wo diese starten starten die wirklich komplett wieder von vorn und ihr müsst die anderen addons beziehungsweise jetzt ist es ja so mit shadowlands wurde das ja eingeführt dass ihr euch eines der früheren addons raussucht nachdem ihr das startgebiet bis level 10 bestritten habt sucht ihr euch ein addon raus levelt in diesem addon von level 10 bis zum maximal bis 10 level vor maximal level das wäre jetzt weil ihr kommt jetzt auch eine neue maximal stufe nämlich bis 70 geht es dann ihr levelt also dann bis 60 in dem alten addon was ihr euch ausgesucht habt und die letzten 10 level geht es dann ins aktuelle gebiet ich bin mal gespannt wie sie das hier bei den traktür einführen werden spezialisierungen rufer der traktür können aus mittlerer entfernung mit lauen und feurigen odem angriffen kämpfen das klingt so ein bisschen wie der shadow in the burning crusade so mit 20 meter reichweite so kein richtiger range aber halt auch kein milli mehr ähm oder auf die lebensspendende magie der erneuerung zurückgreifen um ihre verbündeten zu stärken das heißt das wäre eine kombination aus range und heiler laut meinen ähm meinem verständnis wenn ihr das euch ansehen wollt ihr ist einmal auch der link drin beziehungsweise kommt er ja über den browser auch hin dann könnt ihr euch die videos dann auch noch mit anschauen das sind immer kleine abschnitte mit drin ermächtigte fähigkeiten rufer der traktür können ihre drakonischen fähigkeiten mit magie ermächtigen ladet eure angriffe auf und entfesselt sie zum richtigen zeitpunkt um ihre effekte zu maximieren also ein bisschen wie eine ressource sammeln klingt das interessant könnte man dann bestimmt mal als klassenprobe oder so durchführen was haben wir denn noch werdet zum drachenreiter meistert die kunst des drachenreitens eine neue art der fortbewegung in der luft erkundet das land und erhaltet vier neue drachen der dracheninseln einzigartige anpassbare reittiere die ihr euch wahrhaft zu eigen machen könnt mit millionen von möglichen kombinationen die zur wahl stehen gleich kein drache dem anderen ok das sind halt so die modelle der 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 sieht so ein bisschen aus wie aerodactyl wahrscheinlich auch von jedem aspekt so ein bisschen mal sehen wie man das machen kann später mal erobert den himmel nutzt eure neuen reitfähigkeiten um euch und euren drachen in die luft in der luft zu halten aber hütet euch die bewohner der dracheninseln holen unerfahrene drachenreiter direkt vom himmel ok während euer können wächst erlernen eure drachen und ihr neue manöver kämpft gegen die erschöpfung und die schwerkraft an und leitet über die dracheninseln durch die lüfte nach dem erreichen der höchststufe könnt ihr eure fähigkeiten im drachenreiten weiter verbessern indem ihr uralte glyphen findet und euren neuen talent baum fürs drachenreiten weiter ausbaut aha sobald ihr die höchststufe erreicht habt könnt ihr überall auf den dracheninseln zusätzliche hausforderungen meistern um zusätzliche anpassungsmöglichkeiten für eure drachen frei zu schalten das klingt interessant das ist wie so ein eigenes mini spiel habe ich das gefühl fast die dracheninseln neuer kontinent die dracheninseln sind die angestammte heimat der drachenschwärme von azeroth als die welt während der großen zerschlagung auseinander brach versickerte die magie und das land verfiel in schlaf mit dem erwachen der dracheninseln kehren auch alte fäden und lang vergessene bedrohungen zurück das sieht doch schon bedrohlicher aus dann gibt es die küste des erwachens auf alex trasas einladung hin treffen helden der orte und der allianz ein um den roten drachenschwarm in diesen lebenssprühenden aufgewühlten land zur seite zu stehen hier wird furorion azeroths champion zu hilfe rufen um ihm dabei zu helfen die zitadelle des schwarzen drachenschwarms aus feindes hand zurück zu erobern aha dann haben wir die ebenen von onara dieses saftig grüne grasland beherbergt die mächtigen stämme der maruk zentauren die vor langer zeit einen bund mit dem grünen drachenschwarm geschlossen haben aber seit jeseras tot sehen die grünen drachen einer ungewissen zukunft entgegen ok sieht so ein kleines bisschen aus wie damals dieses dieses land in mop wo die brauerei mit war es war so eine grüne fläche dann haben wir das azurblaue gebirge also jedes gebiet ist quasi von einem drachenschwarm das azurblaue gebirge bringt die magischen archiven des blauen drachenschwarms und erstreckt sich von den küstendörfern der tuskar die sind auch mal wieder da durch eine weitläufige bewaldete tundra bis hin zum aufregenden von eis und schnee bedeckten gipfeln stämme von knollen und firbolgs auch lang dann nicht mehr gesehen die firbolgs nennen dieses uralte land ihr zu hause all das hat so ein bisschen was wie die boreanische tundra und ja auch ein paar gebiete zusammen gemischt ausweif auf der lich ging taldrasus das ist der machtsitz der aspekte und ihrer schwärme und stellt das leuchtfeuer des drachenreiches dar außerdem wacht hier der bronzene drachenschwarm über die pfade der zeit und sorgt sowohl für die sicherheit von azurofs vergangenheit als auch seiner zukunft da werden wir bestimmt spannende sachen erleben dass diese sicherheit hier sehr fragil ist und angreifbar ist und die verbotene insel die liegt vor der küste der dracheninsel sie wurde von nelpharion dem erdwächter später dann als todesschwinge bekannt als trainingsgelände für seine ultimativen soldaten die traktur geschaffen aber seit seiner seit einer furchtbaren schlacht schläft die insel und ist seit äonen verlassen bis die rückkehr des uralten feindes die traktur aus ihrem schlummern holt ist das vielleicht die stadtinsel oder ist hier ein großer raid weiß es nicht auf jeden fall hat das was mit den traktur auch zu tun hier haben wir nochmal das drachenreiten reiten oder herabstoßen stoßt im rasanten stürzflug vom himmel herab und nutzt euer können als drachenreiter um rechtzeitig die flüge eures drachen zu entfalten und in der luft zu bleiben genießt den anblick auf eure umgebung während ihr nach dem perfekten landeplatz ausschau haltet oder euren feinden eine tödliche überraschung von oben bereitet ach ja ok mal sehen wie das werden wird entdeckt neue möglichkeiten zu spielen dragonflight enthält umfassende updates für bestehende spielsysteme erlebt ihr bisher größte überarbeitung des talentsystems verbesserung an der benutzeroberfläche sowie ein völlig neues system für berufe und herstellung finden neue möglichkeiten in azurots abenteuer zu bestehen ok was haben wir denn da das talentsystem mit jeden stufenaufstieg erhaltet ihr die talentpunkte die ihr in zwei einzigartige talentbäume verteilen könnt klassen talentbäume enthalten nützliche fähigkeiten für eure klasse während spezialisierungsbäume offensive oder heilfähigkeiten verstärken das heißt wir haben zwei bäume einer der nur für die klasse ist und einer der für unsere spezialisierung ist das symbol müsste eigentlich dann hier auf der seite sein sind dann jetzt diese wahlbäume raus die wir seit cataclysm glaube ich drin haben und es kehren diese alten bäume wieder zurück und wie ist es mit dem umswitchen hier sehe ich zum beispiel diese diese pfeile und kurioserweise ist das symbol und das symbol genau gleich gut hier sind weitere symbole die gleich sind wird man sehen wie das so funktioniert auf jeden fall kann man es hier wieder resetten also man kann hier mehrmals wahrscheinlich umsgehen mal gucken wie das so sein wird wie sie das hinkriegen was haben wir hier noch das ist das herstellungssystem und jetzt scheint es wohl so dass man herstellungsaufträge annehmen kann also nicht mehr so dass man in den chat rein postet ich hätte gern das item kann das wer herstellen da meldet man sich sondern man gibt wahrscheinlich jetzt so a la wie beim dungeon browser eine aufgabe rein ins system und einer der das teil herstellen kann klickt die aufgabe an nimmt die dann an und kann das teil wohl herstellen schätze ich mal die frage ist was heißt hier herstellungsaufträge für euren realen wird da wird da jeder server quasi auch noch verbessert oder so das weiß ich nicht so richtig auf jeden fall soll das halt so eine art handelssystem quasi werden wo ihr eben die sachen herstellen könnt mal sehen wie es funktioniert und ob das eine revolution für die für das berufssystem darstellen wird und dann hat man hier ein neues interface das heißt man kann jetzt sämtliche sachen die wir hier sehen frei sortieren und komplett frei bewegen was ja meistens vorher starr gewesen ist und das tritt natürlich dann schon ein bisschen in konkurrenz mit den ganzen addons die man so hat ihr seht es ja auch bei meinen videos welche addons ich alle benutzt habe um mein interface so zu gestalten wie es mir spielerisch am besten gefällt und jetzt könnt ihr quasi das standard interface von wo w dann auch komplett frei auf dem bildschirm verteilen es wird natürlich immer noch leute geben die auf ihrer addons beharren einfach aus dem grund was man jahrelang so gespielt hat wird man höchstwahrscheinlich nicht mehr ändern ok was gibt es noch an zusätzlichen features wie gesagt die höchststufe ist dann stufe 70 da wird man zwar immer noch zehn stufen unter Ralph of the Lich King Classic dann sein aber man geht zumindest in der gleichen schrittweise mit und wahrscheinlich wird man dann stufe 80 und 90 haben während wir mit cataclysm dann erst 85 haben aber mal sehen ups dann neuer schlachtzug das uralte gefängnis der inkarnation der urzeit bevor ihre bösartige macht gegen die drachen aspekte entfesselt werden kann also der erste schlachtzug hat ja meistens direkt was mit dem thema der erweiterung zu tun und dann entwickelt das sich so das könnte auch storytechnisch interessant werden und neue dungeons rückeroberung von neltarus der festung des schwarzen drachenschwarms hatten wir ja schon gesehen oder gelesen hat sich ja furorion uns angeschlossen beziehungsweise uns gebeten ihm zu helfen bisher unverborgene bisher verbogene bereiche von ultraman und verteidigt die lebensbecken des roten drachenschwarms und noch vieles mehr und hier seht ihr dann nochmal verschiedene bilder also ist sehr interessant gerade auch mit den neuen features die reinkommen können ich bin gespannt wie es dann ist wir können uns ja dann einfach mal zur beta anmelden vielleicht haben wir ja glück und werden zur beta eingeladen dann kann ich ja ein paar videos da auch mal machen ansonsten hoffe ich euch hat das video gefallen schreibt mal in die kommentare rein werdet ihr rev of the lich king classic spielen oder werdet ihr vielleicht auch dragonflight spielen oder beides würde mich mal interessieren und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal ciao